Heute finden wir heraus, welchen Rank ich in einer Stunde auf Maus und Tastatur erreichen kann. Das heißt, ich werde jetzt eine Stunde ohne Pause Solo-Rank spielen und mal sehen, wie viel Prozent in dieser Zeit möglich ist. Das Ganze, wie gesagt, auf Maus und Tastatur. Ihr wisst, auf Maus und Keyboard bin ich nicht der Beste und ich denke, das Ganze macht das deswegen nochmal umso interessanter. Und wir gehen natürlich jetzt rein, Jungs, aber ich will jetzt schon mal von jedem einzelnen von euch einen fetten Daumen nach oben sehen. Und falls ihr neu seid, abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos hier auf dem Kanal verpasst. Ich küsse eure Herzen Dank für euren Support. Ansonsten, Jungs, beste 101-Map solltet ihr mittlerweile unbedingt schon mal abgecheckt haben. Rubix 101 Billfights, Map-Code ist hier eingeblendet. Geht da mal jetzt endlich drauf, Jungs, und überzeugt euch selbst. Ich sag euch so, wie es ist, überzeugt euch selbst. Danke auf jeden Fall, Jungs, an alle, die abgecheckt haben. Und ansonsten, denkt daran, create the code rubixnice-item-shop müsst ihr unbedingt eintragen. Kuss, 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 wir gehen jetzt rein. Eine Stunde lang Ranked auf Maus und Keyboard. Mal sehen, wie läuft. Bevor wir jetzt aber in das richtige Video reingehen, denkt daran, meinen Partner MyPC auszuchecken, meine Freunde. Die unterstützen heute hier wieder dieses Video. MyPC kennt ihr mittlerweile von mir. Dort bekommt ihr die besten Fertig-Gaming-PCs für einen fairen Preis. Das heißt, ein PC, der für euch komplett fertig zusammengebaut wird, sobald ihr einen bestellt. Und dort findet ihr wirklich in jeder Preislasse etwas. Auch die Rubix-Empfehlung ist auf der Seite, wo verschiedene PCs vorgestellt werden. Deswegen checkt MyPC ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein in den Ranked. So, endlich ist es soweit, meine Freunde. Auch auf Maus und Keyboard gehen wir jetzt rein in den Ranked. Und ihr seht schon, wir machen das Ganze hier nicht wie immer von Unranked aus, sondern ich hab den Account schon mal ein bisschen hochgespielt. Wir sind nämlich gerade Diamant 2, 21%. Ich hab den Account schon mal ein bisschen hochgespielt, weil ihr wisst, Jungs, am Anfang immer mit Unranked und so ein bisschen langweilig. Ist so einfach, Bruder. Are you sure about that? Deswegen ist der Account jetzt schon mal ein bisschen höher, damit wir auch ein bisschen Challenge haben, ein bisschen Action haben. Eine Stunde haben wir Zeit, wie ihr hier oben sehen könnt. Und jetzt wird eine 20-Bomb nach der anderen gedroppt, Bruder. Ich würde sagen, wir fackeln nicht so lange, sondern wir starten direkt rein. Und ich hoffe einfach, ich überschätze mich nicht, Alter. Ich schwöre, ich sage, ich hätte 20 kills in einer Runde sind hart. So, Runde Nummer 1. Alter, warte mal, ich muss hier nebenbei noch den Timer starten. Timer läuft. So, Timer läuft, wie gesagt. Ey, ich bin in der Nase, ne? Wir haben einen Pleasant, Alter. Ich muss das Ganze erstmal entspannt angehen, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich fühle mich auf Maus und Keyboard gerade irgendwie ein bisschen komisch. Es ist immer ganz ungewohnt, wenn ich lange Zeit auf Maus und Keyboard nicht mehr gespielt habe. Also, ich spiele ja Controller normalerweise, wisst ihr ja, Jungs. Und wenn man die ganze Zeit Controller spielt und danach nach langer Zeit mal wieder auf Maus und Keyboard geht, das ist komplett komisch, Alter. Aber ja, deswegen mach ruhig jetzt. 20 kills, war vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Aber ja, wir reißen das jetzt, Alter. Erstmal direkt guten Start haben. Mit der Runde, wenn es gut läuft, vielleicht kurz vor Diamant 3 sein. Das wäre optimal. Ey, Jungs, und an dieser Stelle, für die Leute, die es interessiert, ich habe gerade übertrieben Mundi, Alter, weil ich habe gerade dick Knoblauch gegessen, Alter. Und jetzt... Wir hauen jetzt die Epic Music an, Alter, und ich rush jetzt hier die Gegner durch, Mann. Digga, Aim-Sitz, ne? Bruder, was? Ey! Ey, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Ich habe keine Mets mehr. Ey, ich bin zu überfordert, ich schwöre es dir, was mache ich hier? Was ist das, Jogi? Ich bin am Arsch. Zum Glück kommt hier noch einer. Ey, Jungs, ne? Ich schwöre, das wird schwerer, als ich dachte, glaube ich. Ich bin da totkacke. Digga, what the fuck, Bruder? Der kann das spielen einfach. Ja, ich dachte, die Gegner sind so okay so. Digga, der war der Beste. Banane rein. Warte mal, jetzt siehst du noch einer, ne? Ich muss echt chillen, Bruder. Mach mal hier Platz, bitte, Bruder. Ich schwöre es dir, ne? Hier kommt noch einer. Ey, hör auf, Bruder, chill. Ey, nein! Oh mein Gott, ich lebe. Ich lebe. Digga, ich habe so verkackt. Ich bin aus... Ach, Digga, kacke. Chill mal kurz jetzt, Digga. Hier sind zwei Leute, glaube ich. Warte, wir machen mal den hier. Ja, Mann, da sind zwei Leute. Warte, ganz ruhig, Jungs. Ey, Jungs, das wird so schwer, ne? What the fuck, Digga? Ich habe das komplett unterschätzt. Ich dachte, die wären so okay, die Gegner, aber, Digga, die schwitzen ja alle. What the fuck? Ich gehe auf den hier, warte. Oh mein Gott. Okay, der war kacke. Das ist schon mal gut. Digga, okay. Ruhig. Wo war der andere hier? Der war jetzt hier auch irgendwo, ne? Ich muss mal kurz gucken. Wenn der jetzt campt oder so, ne? Ich gebe ihm so eine Backpfeife, ne? Keine Ahnung, ich glaube, der ist abgehauen. Der haut an mit G-Klasse, Alter. Ja, nein. Jungs, ich sage euch ehrlich, ne? Also, damit ist nicht zu spaßen. Ich muss jetzt echt chillen, Alter. Habt ihr die Gegner gerade gesehen? Der war gut. Wenn jeder zweite Gegner so ist, ich bin am Marsch. Aber egal, ey. Vielleicht war das nur eine Aussage mit der Brie. Vielleicht sind die anderen ja shit. Oh, ja, Bruder. Wo ist der, hä? Hallo? Digga, wo ist der? Ach, Rezepte. Oh, mein Gott. Hä? Ich muss raus. Okay, warte. Die Feigen lobe ich jetzt gleich. Chill, chill, chill. Ich mache jetzt die taktische Nase. Wir machen jetzt mathematische Berechnungen, Alter. Wenn wir hier von 90 Grad Winkel hier hochlaufen und dann mit Geo 3 gewirren. Chill, Bruder. Ich bin wieder zu lustig. Warte, chill mal jetzt. Wirklich. Aha. 20. Warte, kurz. Kurz taktische Sprennen aufladen lassen. Oh, mein. Falscher Antwort, dachte ich. Jawohl. Let's go, Bruder. Okay. Nice. Nächster Kind ist auch da. Schmeckt. Wir fahren doch nochmal fight. Ich gehe da direkt rüber, Alter. Mit der G-Klasse rein. Oder warte, scheiß drauf. Wir machen so. Wo fallen die hier? Hier drinnen, glaube ich. Okay, warte. Wo ist der Brie? Zeig deinen Arsch. Wo? Ist er da? Ne, warte. Der ist über mir. Ich sehe Geister, glaube ich. Nice, so natt. Jawohl. Neun End, Bruder. Neun Endshot. Nehme ich auf jeden Fall. Ist kein Problem für mich. Hauptsache der ist tot der Brie. Hier ist noch einer. Warte. Wo ist er? Ist er um? 100. Okay, okay, okay. So. Jetzt machen wir taktisch schlau hier durch. Hier. Wo ist er? Ja, so schlau bin ich wohl doch nicht, Alter. Wo ist er, Brie? Digga, hier ist ein Woll. Aha. Da ist er. Ey, ich bin ausgetappt wieder. Jungs, ich verklick mich so oft nochmal aus dem Kippen. Das ist abnormal. Ey. Ey, ich tapp wieder aus. Jungs, was mache ich hier? Bleib ruhig. Ey. Jungs, ich verstehe nicht, warum ich gerade mich... Ach, Bruder. Ich kriege die ganze Zeit hier drauf. Ich weiß nicht warum. Junge, was ist das? What the fuck, Bruder? Das ist mir noch nie passiert gefühlt. Jetzt ist hier noch einer, oder was? Ja, es sind nur noch 10 Leute. Wohin? Wo mit den Gegnern? Die sterben mal einfach. Ist das normal, Alter? Ja, also Jungs. Ich glaube, diese Diamond Lobbys, Alter. Die sind echt ganz, ganz komisch, Alter. Ja, Junge auf einmal. Oh mein Gott. Ich schau ab, Digger. Ich schau ab, Bruder. Chill. Zebrus, mal Beyblade, Bruder. Jetzt will er mich snipen, oder was? Alter, guck dir den Fischkopf an da vorne. Zebrus, du kleiner Sibi, ne? Was will er von mir jetzt hier unter mir? Ja, du... Ach, du... Was war das jetzt, Digger? Da kommt er. Ey. Chill, chill, chill. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der Typ ist kacke. Vertraut mir, Jungs. Er ist nicht gut. Meine Nase hier... Kurz reloaden. Alles gut. Ganz ruhig. Ganz entspannt. So, als ob es nichts wäre. So, jetzt schau. Jetzt wird er... Ja, Mann. Jetzt wird er sehen. Von den anderen und von mir jetzt. Schau. Okay, Jungs. Wir machen jetzt den Play. Okay, schaut jetzt. Schaut. Wir machen den Play. Mach das weg. Mach. So. 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 Easy, Junge. Ich hab's euch gesehen. Bruder, wie ist der gestorben, Digger? Okay, warte. Chill, hier kommt noch einer. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ey, 48 Minuten. Easy. Entspannt, Bruder. Das ist komplett easy. Guck mal, der ist auch easy, Alter. Komm her, hier. Kleiner Schweini. Kleiner Sibi, Bruder. Hier ist noch einer. Warte. Ah, da. Wo? Hä? Der baut hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Ah, hier. Hä? Ist der da gar nicht? Bruder, ich fighte gegen meinen eigenen Schatten, ne? Was mach ich hier? Ah, ne? Der ist hier wirklich? Also, Jungs, ne? Keine Ahnung. Manchmal gehen da gut, manchmal... Aber die Runde gewinnen wir. Auf entspannt. Auf, äh... Was haben wir damals gesagt, Alter? Auf, äh... Auf Lock. Cringe. So, 5 Brays noch unterwegs, hier. Wo sind die, Alter? Ich zeige... Ja, da vorne sehe ich schon mal einen. Perfekt. Auf den werde ich jetzt jumpen, Alter. So. Oh. Er hat mich fast gesniped, aber es war eingeplant, dass ich da eine Wand baue. Und jetzt dann nicht auf seinen Dickschädel, Alter. Und er will sehen, was er davon hat. Eine kleine Osterhase. Jetzt denkt der, wer der ist, Alter. Denkt der, das Mexifil, oder was? Ich zeige dem jetzt, Alter, wer das ist. Ey. Ach, Bruder, ich verklick mich, ne? Ja, Junge, ein kleiner Sibi bist du, Bruder. Ja! Also, entspannte Runde. So, wie ich es gesagt habe, Alter. Für die erste Runde, neun Kills in Diamond. Ey, und... Auto so machen, ich mache so. Aber... Neun Kills in Diamond, Alter. Diamond 2. Und es sind noch fünf, wenn wir zur Parkage zuhören, Alter, sind wir auch zweistellig. Ist akzeptabel für die erste Runde. Ich sage euch ehrlich, auf Mauskei-Watt. Und da ist unser zehter Kill, Alter. Komm her, Junge. Oh, mein. Ich darf nicht verkaufen, Alter. Ich darf nicht verkaufen, Jungs. Ich darf nicht verkaufen, ich darf nicht verkaufen, ich darf nicht verkaufen. Let's go. Let's go. Und da ist noch einer mit Auto angefahren, warte. Der kommt doch. Ey, initiiert bitte, Bruder. Ey, Jungs, ich schwöre es dir, ich fett Finger so krass auf Mauskei-Watt. Mann, ich verständlich war uns nix. Nice, okay, Junge, Alter. Ah, der letzte ist hier sogar, warte, wo ist er? Ey. Oh, mein Gott, der ist oben, Alter. Kein Fischkopf. Okay, ey, das packe auf ihn. Ah, nix zu ihr. Dafür bin ich noch zu kacke, ich sage euch ehrlich. Hä? Hallo? Let's go. Yeah. Mach schnell, bitte. Sport die EP, Alter. Nichts, das ist eh mein zweiter Kort. Bitte beit euch ein bisschen, Alter. Komm hier, warte, ganz schnell, ganz schnell. Und wir sehen... Ey, Bruder, voll wenig, Mann. Ey, was soll das denn? So, Runde Nummer 2. 39 Minuten noch auf der Uhr. Ich sage euch ehrlich, Jungs, ihr könnt mir sagen, was ihr hört, aber wir liegen gut in der Zeit, Alter. Wir haben jetzt 20 Minuten gespielt und jetzt schon gut Prozente gemacht. Ich sage euch ehrlich, wenn jetzt die Runde auch gut läuft und die Runde darauf auch... Äh, die Runde... Die Runde danach... Ach, Bruder. Die Runde danach auch gut läuft, dann können wir ehrlich Elite packen oder fast Elite packen. Ich sage euch so, wie es ist, wenn wir jetzt durch die Runde Diamond 3 kommen und danach mit Diamond 3, äh, also in Diamond 3... Ey, Jungs, ich lasse es heute mit dem Reden sein. Ich sage euch so, wie es ist. Ich kriege keinen Ransatz aus dem... Egal, können wir uns jetzt bitte auf die Runde konzentrieren? Es reicht. Ja. Nein, ist noch ein Piegel von, Alter. Aber hier ist ein... Nein, ich muss nicht hören. Das ist mir egal. Ich kill ihn. Nein, ist noch eine Pampa auf dem Weg, Alter. Das ist immer das beste Gefühl, wenn man auf dem Weg... Das findet, was man braucht. Ich rede wieder zu lange, warte. Komm mal her, Bruder. Wo ist der Brie? Ey, der kleine Sibi, der ist hier. 20. Ich schieße einmal durch die Wände, der kleine... Ey. Nein! Wisst ihr, warum ich gerade shockwavet habe, Digga? Weil ich mein Invertar wie auf dem Controller sortiert habe. Ich, kleiner Knecht, Alter. Hä? Wo ist der hin? Ach, der war da, Bruder. Nein, hol nicht ab. Ey, bitte. Du kostest so viel Zeit, ne? Chill, bitte, Bro. Chill, komm. Ey, wir waren doch Homies damals. Dritte Klasse, Alter. Was geht ab? Dankeschön. Er hat mir gegönnt, Digga, weil wir damals dritte Klasse befreundet waren. Hier kommt noch einer. Chill. Was macht er jetzt für Action, Alter? 80. Ich komme langsam rein, Alter. Merkt ihr das? Ich schaue gegen irgendwas hier wieder. Es ist zu viel auf meinem Tisch, ne? Jawohl, Bruder. Let's go. Ich komme langsam rein in den Flow, Junge. Wild Rapp ist hier wie Tanzverbot, Bruder. Kill him. Warte kurz. Oh mein Gott, Digga. Er ist oben. Ey. Ey, diese scheiß Ziplines, ne? Ey. Oh mein Gott, Digga. What? Oh mein Gott, Digga. Okay, chill. Also langsam komme ich rein, aber ich bin... Also, keine Ahnung, ich bin einfach noch zu scheiße, glaube ich. Auf den gehe ich. 25. 14. Ey. Ey. Ich sehe nichts. Digga, ach, der andere kommt, ne? Kann nicht sein. Dankeschön. Geh mir das hier kurz. Alles gut. So. Hier sind noch zwei Leute, Jungs. Hier links ist einer und unter mir ist einer. Warte. Wie machen wir das jetzt am besten slow, Alter? Ich habe keine Mäts mehr. Das ist halt das Ding. Let's go. Ey, ist so komisch, ne? 50. Let's go, Bruder. Sechs Kills. Hier kommt noch einer. Warte. Let's go. Ey, ihr zählt doch wie ein Mann, Bruder. Ey. 30 weit. Ey, ich werde tippen. Ich werde... Jungs, dass ich gegen so einen Typen sterbe. Ich habe so viel Zeit verloren. Top 22. Die Runde lief so gut, Bruder. Oh, mein... Ey. Hä? Wie gut? Wie ist das Upbreaking? Jungs, wie krass, Digga. What the fuck? Als ob das Upbreak war. Nee, wie sch... Jungs, ihr glaubt es nicht. Ich war gerade in einer 5-Minuten-Cue gefühlt, weil ich wieder hier um 1 Uhr nachts aufnehme oder so. Warte, wollt ihr die Uhrzeit sehen? Ich zeige euch gefühlt jedes Video Uhrzeit, weil ich wieder... Keine Ahnung, komisch bin. Schau mal hier. 0,01. Geist ist krank. Wie selten ich die Lobbys finde, ne? Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben bis jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Halbe Stunde für freshen Übergang, Bruder. Zeit auf... 10, glaub ich. Halbe Stunde gebraucht, Bruder. Das ist fresh, ey. Wir regeln das jetzt noch, Alter, mit Diamond, äh... Ne, mit Elite, Alter. Wir regeln das jetzt noch. Diamond 3, unser Ziel haben wir erreicht. Ich bin jetzt hier in diesen Lobbys, um noch ein paar Nackenklatscher zu verteilen, Alter. Warte, da oben ist einer. Oh mein Gott, Digga. What the fuck? Hä? 16. Okay, tschüss, tschüss. Der ist der Beste anscheinend. Was war das für ein Geräusch? Ey, Digga. Ey, also wie kann man denn so sein, ne? Er will sich selber killen. Und noch einer, Alter. Ich wusste, dass hier noch einer kommt, tschüss. Muss ich auch noch irgendwie killen. Hä? Ey, Bro, ist resetting nicht, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Also, was ich hier versuche, ne? Also, manchmal bin ich richtig kacke. Merkt ihr das, Alter? Ich weiß auch nicht, was ich immer mache. Und ich kann nicht bloß durch Fenster klettern. Halle! Noch einer jetzt, ne? Was wollen die alle von mir? Oh mein. Okay. Was wollen die alle von mir, Alter? Hier kommt noch einer. Ich bin tot. Meine Nase hügt wieder. Ich führe meine Nase. Grieve mich mehr als das Spiel selbst. Und er ist geistkrank. Egal, chill, chill, chill. Taktisch, Taktisch, Taktisch. Die Taktik nicht vergessen. Er ist der Beste anscheinend. Scheiße, Mann. Ich brauche Leben, bitte, ne? Gib mir Leben. Nice. Paar Äpfel, Bananen, Alter, nehme ich. Let's go. Digga, was ist das, ne? Ey, bitte stirbt doch! Danke. Kommt noch einer. Ey, Jungs, was spiele ich hier? Oh mein Gott, Digga. Ich habe Angst. Was ist das denn, hä? Seit wann ist das drin? Ich kenne nur Wasserbending. Das alles, Digga. Das andere kenne ich, ey. Beruhig dich, Bruder. Ey, Jungs, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe... Egal, immer ein bisschen Prozente, ne? Ich kann's nicht. Hier, Taddeus. Hier, Taddeus. Also, Jungs, ähm, ja. Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich sage einfach gar nichts. Wir haben jetzt noch 17 Minuten Zeit. Ich muss jetzt noch eine gute Runde droppen, Bro. Boah, ansonsten nicht weine. Ich gehe einfach rein, Alter. All in. Ich gebe mir eine Waffe. Nice. Wenn er hier kommt, ich werde ihn abkämmen. Warte. Er kommt jetzt gleich. Er kommt noch. Nö. Chill, dir wird einer... Genauso, wie ich es gesagt habe, Alter. Ich wusste es. Digga, hier sind so viele. What the fuck? Wieso landet jeder? Levisch, Alter. Was geht ab? Ich hatte mal ein bisschen zu abwechselnd. Und lande ich hier, Alter. Hier ist jeder. Das war gar nicht ruhig zu landen, Digga. Es läuft schon, Scheiße. Und dann kommen solche hier hin. Egal, ruhig, Willem. Geh mir hier kurz den Fist. Ich mache das jetzt, Alter. Nice. Oh. Nice. Genauso, Alter. Und nicht anders. Hier ist jetzt noch einer gleich. Let's go. Ich habe doch gesagt, hier links, rechts sagen, Alter. Was will er von mir? Ich muss mal kurz abhauen. Oder ganz kurz. Ganz kurz, Alter. Ein bisschen Ruhe geben. Oh mein Gott, der hat schon noch gebaut. Fullbox, okay. Ey, Jungs. Ich schwöre es dir, es geht. 8%. 12 Minuten noch auf der Uhr. Ich werde mich jetzt komplett konzentrieren, Jungs. Weil ich sage euch ehrlich, eine letzte gute Runde müssen wir noch hinbekommen. Oh mein Gott. Komm her, Junge. Ja, versteck dich hinter deiner Wand, Bro. 30 jetzt. Ich gebe nur 30, ne? Nice. Ja, Digga. Zwei Kills halt nur, ne? Ich weiß nicht, wo die alle sind, Alter. Ist hier noch irgendwo einer, Mann? Hier ist einer. Warte, hier ist einer. Glaube ich. Hä? Aber ich sehe keine Steps angezeigt. Hä? Wo ist er? Bro, der steppt die 100%. Hä? Da! Ey, was ist das für ein Fischkopf, Bro? Was macht der? Nein. Ey! Ich habe mich wieder verklickt, Jungs. Ich verclique mich zu oft heute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Du bist scheiße! Was? Komm, Alter. Finde ich noch irgendwo eine, Alter. Ich brauche noch mehr Kills. Komm. Noch so drei, vier Kills sind möglich, Alter. Wenn die jetzt mal kommen würden. Wo sind die alle? Hätte nicht gerade einfach die Runde so laufen können, Alter. Da. Zwei auf einem Fleck. Warte. Oh, bei Gott snipe mich nicht, bitte. Nice. Wenn ich mich anstrengen gehe, jetzt seht ihr das, Alter? Wieso mache ich das nicht von Anfang an? Ich bin so blöd. Nein, ich will lieber noch nicht essen. Oder kann das spielen anscheinend. Digga, was ist das für ein Opfer, Mann? Wie spielt der denn? Ey, Junge, du spielst wie ein Knecht. Ach, du Kacke, Digga. Ich treffe halt einfach nicht, Mann. Er ist so komisch, Digga. Ei, ei, ei. Ach, du Scheiße, Alter. Der hat so lange... Der hat so viel Zeit gekostet, ne? Scheiße, Digga. Okay, egal. Wir haben ihn wenigstens wie dem. Alles gut. Sechs Kills, 16 Leute. Komm. Ich kann die Runde noch... Ach, ich kann die nicht beenden, Alter. Ich sage wirklich ehrlich, Mann. Ey, Digga. Jungs, hätte ich gerade einfach diese Runde... Also die Runde hier vor einfach nur ein bisschen besser gespielt, ne? Ich schwöre es dir, wir wären perfekt in der Zeit gewesen. Aber nein, ich muss ja sterben, Alter. Und jetzt habe ich auch noch zwei Jahre wegen diesem Sibi verständet, Alter. So viele Prozente lasse ich dadurch liegen. Es kann nicht sein, Mann. Ey, Digga, ne? Egal, komm. Noch schnell. Ein, zwei Leute. Ich habe noch zwei Minuten, Alter. Komm. Einfach Full Sprint, Alter. Ach, ne. Drei Leute auf einmal, dachte ich. Ja, ich finde keinen mehr. Eine Minute 56. Ich liebe, ich liebe es. Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Ah, da. Habt ihr das gehört? Wo aber, wo? Wo denn? Nein, Bruder. Ich sehe ihn nicht. Ah, doch da hinten. Warte, schnell. Schöch, schöch, schöch. Jetzt kommt der One-Shots. Warte, Banane rein. Er hielt sich komplett. Warte, ich habe noch eine Minute. Warte, den töte ich noch. Oh mein Gott, Wompump. Let's go. Das war so knapp, Digga. Er backt sich einfach durch. Habt ihr das gesehen? Ich habe keine Zeit mehr zu gehen. Ich muss auch einen finden. 50 Sekunden, bitte. Da, da ist einer, wirklich. Gib mir deinen Kill, bitte, Bro. Ey, 50 Sekunden, bitte, Bruder. Mach keinen Scheiß. Gib mir den noch. Der ist so wichtig. Ich schwöre es dir, ist wichtig. Ich will ihn unbedingt noch haben. Gib ihn mir, Bruder, bitte. Warte. Scheiße, Digga. Let's go. Ja, Junge. Noch in der Zeit. 20 Sekunden. Okay, aber ich glaube, das war der letzte Mal. Mehr kriege ich nicht hin. Vielleicht hier noch einer auf Lucky, der hier noch kommt. Alter, den ich noch ballern kann. Ich glaube nicht, Mann. Ja, Digga. Ich schwöre es dir, es wäre noch so viel mehr drin gewesen. Die Lobby wäre vorbei gewesen. Guck mal, nur noch 8 Leute, Jungs. Hätte ich eine Runde vorher so eine Runde gehabt, ne? Wir hätten Elite geholt. Ich sage euch so, wie es ist. Ich habe verkackt. Das geht auf meine Kappe, Bruder. Vorbei. Egal. Wir gucken mal, was wir noch erreicht haben. Ich gehe mich mal kurz killen. Hau rein, Bruder. Egal, Jungs. Ich habe mein bestes Versuch. Maus und Keyboard ist noch ausbaufähig. Wir werden noch besser, denke ich. Wir hätten es geschafft. Ich schwöre es, sie wird... 76 Prozent sind wir geschah. Also, haben wir geholt, Bruder. Digga. Eine Stunde jetzt durchgegrindet für nix. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ich schwöre, ich hab auch sieben. So viel hab ich getrieben. Doch meine Kinder sind in Indien geblieben. Arbeitsamt.